Jedes Jahr zur gleichen Zeit macht aller Orts sich Panik breit. Der Stress ist echt, die Überraschung ist groß. Schon wieder Weihnachten? Oh weh, was schenk ich bloß? Yeah, was schenk ich bloß? Jedes Jahr zur gleichen Zeit macht sich Ratlosigkeit breit. Opa kriegt ne Pfanne und Oma ein Ei. Aber wenn ich spendabel bin, kriegt sie gleich zwei. Weil dann können die beiden mal wieder was zusammen machen. Ne Bluesmusik mit Spiegeleiern. Ey, das lasst krachen. Oh, was schenk ich bloß? Yeah, was schenk ich bloß? Jedes Jahr zur gleichen Zeit macht sich Ratlosigkeit breit. Musik Kätzchen. Mag ich gerne denken. Ich würde ihr einfach eine extra große Dose Futter schenken. Und für Schwesters Canary ist auch was dabei. Er kriegt ein Schild für seinen Käfig. Eintritt frei. Oh, was schenk ich bloß? Yeah, was schenk ich bloß? Jedes Jahr zur gleichen Zeit macht sich Ratlosigkeit breit. Yeah, es geht die Scheiße wieder los. Weihnachten, was schenk ich bloß? Nur für mein Pony wird es einfach. Denn das kriegt eine Spielekonsole von einem Hersteller, dessen Namen ich jetzt nicht sage, auch wenn er sich reimt, weil das unangebracht ist. Produktplacement wäre jawohl. Ja, diesen Song und noch drei mehr, also zusammen vier, kriegt ihr in meinem Workshop Advent, Advent, die Uke brennt. Ja, sowas wie Weihnachtslieder, ganz von mir geschrieben, nur für euch. Und das Besondere daran, ihr zahlt, was ihr wollt, oder ihr spendet an eine gemeinnützige Organisation. Ja, ist ja fest der Liebe und so. Dann sehen wir uns. Wusstet ihr übrigens, dass all meine Workshops sich auch nachträglich machen lassen? Also, von wegen, da konnte ich gar nicht, das zählt gar nicht.